Der 4. Dezember ist in der katholischen Kirche der heiligen Barbara gewidmet. Die heilige Barbara ist schon früh ermordet worden im Jahr 306. Sie lebte in der Türkei. Damals gab es noch Christenverfolgung. Und es gibt die alte Tradition, dass Barbara-Zweige gekauft werden, die erst einmal tot aussehen, aber wenn man sie in warmes Wasser stellt, dann erblühen sie bis Weihnachten. Also, neues Leben ist uns geschenkt. Und das macht die Barbara besondererweise deutlich. Eine tolle Frau.